Gilbert Keith Chesterton Der geheime Garten Gelesen von Gerd Köster Aristide Valentin, Chef der Pariser Polizei, hatte sich zu seinem Diner etwas verspätet und einige seiner Gäste begannen vor ihm einzutreffen. Sie wurden jedoch von seinem getreuen Diener Ivan beruhigt, dem Alten mit der Narbe und einem Gesicht, das beinahe ebenso grau war wie sein Schnurrbart, und der immer an seinem Tisch in der Vorhalle saß, einer mit Waffen behängten Vorhalle. Valentins Haus war vielleicht ebenso eigenartig und berühmt wie dessen Besitzer. Es war ein altes Haus mit hohen Mauern und mächtigen Pappeln, welche beinahe die Szenen überhingen, aber das Seltsame seiner Bauart und vielleicht sein Polizeiwert bestand darin, dass es gar keinen anderen Ausgang ins Freie besaß als den durch die Eingangstür, die von Ivan und der Waffensammlung bewacht wurde. Der Garten war groß und gut gepflegt und es gab verschiedene Zugänge aus dem Haus in den Garten, aber es gab keinen Ausgang aus dem Garten in die Außenwelt. Ringsherum lief eine hohe, glatte, unersteigbare Mauer mit eigentümlichen Stacheln auf dem Rücken. Wohl kein übler Garten für einen solchen Mann, wenn man bedenkt, dass einige hundert Verbrecher geschworen hatten, ihn aus der Welt zu schaffen. Wie Ivan den Gästen erklärte, hatte ihr Gastgeber telefoniert, er sei noch auf zehn Minuten zurückgehalten. In Wirklichkeit war er dabei, noch einige letzte Anordnungen für Hinrichtungen und ähnliche garstige Dinge zu treffen. Und obwohl ihm diese Pflichten von Grund auf widerwärtig waren, vollzog er sie doch stets mit aller Pünktlichkeit. Unbarmherzig in der Verfolgung von Verbrechern war er sehr nachsichtig bezüglich ihrer Bestrafung. Seit er an der Spitze des französischen und im Allgemeinen auch europäischen Polizeiwesens stand, verwandte er seinen großen Einfluss ehrlich zugunsten einer Milderung der Verurteilungen und einer Säuberung der Gefängnisse. Er war einer jener menschenfreundlichen Freidenker, welche das einzige Schlimme an sich haben, dass sie das Erbarmen sogar noch kälter als die Gerechtigkeit machen. Als Valentin eintraf, steckte er bereits in schwarzer Kleidung mit der roten Rosette, eine elegante Gestalt mit dunklem, jedoch bereits ergrauendem Bart. Er begab sich geradeaus durch sein Haus in sein Studierzimmer, welches auf den dahinterliegenden Grundbesitz hinausging. Die Gartentür war offen und nachdem er seine Handtasche an ihren dafür bestimmten Platz versperrt hatte, stand er zwei Sekunden am offenen Fenster und blickte in den Garten hinaus. Die scharfe Mondsichel kämpfte mit den fliegenden Fetzen und Trümmern eines Sturmes und Valentin betrachtete ihn mit einer für eine wissenschaftliche Natur, wie es die seinige war, ungewöhnlichen Nachdenklichkeit. Vielleicht besitzen solche wissenschaftlichen Naturen irgendeinen seelischen Weitblick auf die schrecklichsten Probleme ihres Lebens. Wenigstens beeilte er sich, eine solche Stimmung von sich abzuschütteln, denn er wusste, er war spät dran und seine Gäste hatten schon begonnen einzutreffen. Ein Blick in den Salon genügte ihm, bei seinem Eintreten ihn zu vergewissern, dass sein hauptsächlichster Gast jedenfalls noch fehlte. Er sah all die anderen Stützen der kleinen Gesellschaft, er sah Lord Galloway, den englischen Gesandten, einen cholerischen alten Herrn mit einem rotbraunen Gesicht wie ein Apfel und dem blauen Bändchen des Hosenbandordens. Er sah Lady Galloway, schmächtig und dünn wie ein Faden mit silbernem Haar und einem empfindsamen und überlegenen Gesicht. Er sah deren Tochter, Lady Margaret Graham, ein bleiches und hübsches Mädchen mit einem Elfengesicht und kupferfarbenem Haar. Er sah die Herzogin von Mont-Saint-Michel, schwarzäugig und üppig, und mit ihr ihre zwei Töchter, ebenfalls schwarzäugig und üppig. Er sah Dr. Simon, den typischen französischen Gelehrten mit Brille, braunem Spitzbart und einer von jenen parallelen Runzeln durch feuchten Stirn, welche die Strafe des Hochmutes sind, da sie durch fortwährendes Hochziehen der Brauen entstehen. Er sah Pater Brown aus Essex, den er vor kurzem in England kennengelernt hatte. Er sah vielleicht mit mehr Interesse als irgendjemand von all diesen einen großen Mann in Uniform, der sich zu den Galloways herabbeugte, ohne jedoch ein besonders herzliches Entgegenkommen zu finden, und nun herantrat, dem Gastgeber seine Aufwartung zu machen. Das war Hauptmann O'Brien von der französischen Fremdenlegion. Er war eine geschmeidige und doch etwas großthuerische Gestalt, glatt rasiert, dunkelhaarig, blauäugig und, wie es bei einem Offizier jenes berühmten Regimentes, siegreicher Misserfolge und erfolgreicher Selbstmorde natürlich schien, mit einem Ausdruck von Ungestüm sowohl wie von Schwermut. Er war von Geburt Irländer und hatte in jungen Jahren die Galloways gekannt, besonders Margaret Galloway. Von Gläubigern bedrängt hatte er seine Heimat verlassen und brachte jetzt seine vollständige Verachtung für britische Etikette dadurch zum Ausdruck, dass er in Uniform und mit Säbel und Sporen umherschlenderte.